BITS UND SO Der ist bei so einem Startup, was über Uhren berichtet über Smartwatches und so Was? Ja, ja, ja Der gleiche? Der gleiche Kevin Rose, ja, ja, ja Der war bei Google Ventures vorher oder zwischenzeitlich mal und jetzt ist er in New York bei so einer bei so einer Firma die über Smartwatches schreibt und eine Smartwatch App hat also eine App, die über Smartwatches berichtet und so weiter Das ganze Konzept erscheint mir total absurd, aber gut Ich kann dir auch Ich kann dir jetzt spontan nicht sagen, wie die heißen beziehungsweise doch, ich kann es dir vielleicht doch Was ist mit seiner Milkbude? Wie Milkbude? Speiseeis oder? Ja, nicht so ganz Der war doch bei seiner Bude, die heißt Milk Ja, ja, das ist schon lange verkauft alles und dann war Google Ventures und jetzt ist Houdinki Houdinki, kann man sich mal anschauen Da gibt es eine App, die Houdinki App Das war ja schon absurd bis du den Namen gesagt hast Houdinki Und jetzt, wo ich sehe, wie man es schreibt H-O-D-I-N-K-E-E Ist eine Seite über so aber richtige Luxusuhren Ja, nicht so Smartwatches, sondern so mit Zeigern Scroll mal eine halbe Seite weiter Da sind sie doch schon Die ist aber hübsch Wie heißt das Wort? Furchtbar, genau Apropos, habt ihr die Tagheuer Smartwatch gesehen? Ja, ja Gefällt mir sehr gut Also optisch Okay, jetzt weiß ich nicht Ich versuche dein Gesicht zu interpretieren Ob jetzt das alles Ironie ist oder Also ich habe nur so ein Rendering davon gesehen Die gibt es jetzt auch Gefällt mir sehr gut, ernsthaft Das gefällt mir ohne Scheiß sehr gut Ist halt so ein schöner Chronograph So ein Ja Er scheint mir Er scheint mir in keiner Hinsicht sinnvoll Aber Gefällt mir Wo ist die Smartest? Das ist ein Display da in der Mitte Ja Okay Ja, gut Ich wollte eigentlich auf was anderes Ich weiß auch nicht, wie wir hier gelandet sind Aber So richtig absurde Gerüchte Hatten wir länger nicht, oder? So So komplett daneben So Oh, doch Die gibt es schon immer wieder Also ich meine In der Masse an Gerüchten Vergisst man es ja immer wieder Und das ist vielleicht ganz absurdes Zeug Also mir fällt jetzt aus dem Stehgreif In den letzten Monaten auch nichts ein Was so völlig daneben gelegen hätte Wo es so offensichtlich falsch war Aber Ich glaube schon, dass es einiges an Seltsamkeiten gab Ja, so ein bisschen seltsame Sachen Na gut Aber Ich meine jetzt Ich suche auch gerade nach einem bestimmten Nach einer bestimmten Sache Es ist aber schon unten durchgerutscht Weil es wahrscheinlich zu absurd war Aber Wollen wir mal sehen Ähm Ne, es geht um dieses Hier, da haben wir es doch Also pass auf Dieses Watchdog Was da irgendwie Umgereicht wurde Ich hätte Diverse Wetten abgeschlossen Ja Wesen gefressen Alles mögliche Ja Hätte gesagt, dass Dieses Watchdog Ist ein schlechter Scherz Und Ich meine Es ist ein schlechter Scherz Wollte ich gerade sagen Also es ist so ein Ein kleines UFO Zylindrisch Irgendwie So Und da kannst du Deine Watch entweder platt drauflegen Oder du kannst so ein Öhrchen hochklappen Und dann Im Weckermodus draufstellen Kostet 100 Euro 99 Ja 100 Ja, weil Du musst auch noch irgendwie Muss auch noch hinfahren Hinfahren Muss noch irgendwie Eine Leberkästsemmel kaufen Und dann Und eine Strafgebühr Wird auch aufgeschlagen Für Leute, die das kaufen Naja Und Das ist schon ein seltsames Es gibt so eine Produktseite dazu Kannst du es auch online bestellen? Ja Ja Ernsthaft? Ja, kannst du Bei Apple oder bei komischer China-Zubehör Nee, nee, schon Obwohl Der Produktstart Um den mal in Anführungszeichen War schon komisch Weil Es gab lange Diese Online-Seite Nicht lange Also wir sprechen über Stunden Es war Im Laden verfügbar Aber es gab diese Online-Seite Nicht Und jetzt hat sie ja Mittlerweile alles eingerenkt Und jetzt gibt es das auch Irgendwie offiziell Über die Seite Zu ordern Für 80 Dollar Oder halt 90 Euro Und es stand dann einfach Im Store Halt irgendwie so Am Mittwochmorgen War es Mittwochmorgen? Ich glaube Und Ja Dein Zitat In Slack War irgendwie Ich fresse ein Besen Wenn das stimmt Es sah schon Es sah schon komisch aus Auf den Bildern Aber Dieses Dieser Klappmechanismus Für den Für den Für den Lademechanismus In der Mitte Den du so hoch Klappst Und das ist irgendwie So ein Vollplastik-Ding Und also Es ist Ich hätte mir Sehr viele Formen Vorstellen können Aber das wäre Ehrlich gesagt Nicht dabei So Johnny Was Was los Johnny Das kann ich Von Johnny Alfstamm Meinst du Was macht Johnny Selbst Das muss Irgendein Knecht Muss das Den müssen die Irgendwie Gepeinigt haben Über Der hat wahrscheinlich Zwei Wochen Nicht mehr geschlafen Und dann so Jetzt designen Das mal endlich Zu Ende Ich hab da so eine Theorie Wie das entstanden ist Da hat sich jemand So ein Mensch So ein Hochkant-Dock Wäre voll praktisch Hat sich also so Irgendwie Sechs CDs genommen Aufeinander geklebt Und Lightning-Kabel rein Und mit so Gaffer-Tape Drauf Dass es so nach oben steht Und dann ist er zu Tim Cook hingegangen Der hat gerade irgendwie Getrunken gehabt Und er hat gesagt Ja Build it Und dann ist das dabei Rausgekommen Weil das sieht so aus Also auch diese Verpackung Dieser Aufdruck Ich hab erst dieses Bild gesehen Wo man diese Schachtel Im Regal sieht Und ich hab mir gedacht Hä Wieso verkaufen die jetzt CDs für die Für die Uhr Das macht überhaupt keinen Sinn Und man sich das halt Dann den Artikel Dazu gelesen hat Den Artikel Wo jemand mal so grob Drüber geblockt hatte Und das macht Noch viel mehr Weniger Sinn Aber es ist jetzt so eine Sache Dass du alles irgendwie Schön reden kannst Mit Es ist ja ein Lightning-Kabel Es ist ja ein Ladekabel Und es ist ja preislich Schon ein entscheidender Unterschied Also wenn du es nachkaufen musst Zahlt du die Hälfte ungefähr Also genau Weil du hast Das Stock kostet ein Hunni Und das Ladekabel kostet halt Nur 50 Also auch bei dem Apple TV Wenn du die Fernbedienung Und das Lightning-Kabel Rausrechnest Ist der ja enorm günstig Ja, da kostet ja praktisch Gar nichts mehr Das ist schon richtig Ich habe mir heute Ein Lightning-Kabel gekauft Der Stock war irgendwie beigelegt Ist schon komisch, oder? Also ich meine Es gibt ja ab und zu mal So einen Design-Ausreißer Weißt du iPod-Socken Und vielleicht so andere Dies und das Was so ein bisschen Diese iPod-Handschlaufe Und solche Solche Geschichten Der sogenannte Loop Voll gut Er ist ja zurückgekommen In getarnte Form jetzt Ja, auch der Siri-Remote-Handschlaufen Denksbums Muss man ja auch Durchaus mal Festhalten Dass man den auch In andere Geräte Glaub ich Reinpacken kann Und dann hast du halt Die Möglichkeit Zum Beispiel Deine neue Magic Mouse 2 Stilvoll am Handgelenk Zu tragen Nein Es gibt Fotos Im Internet Die ich sicherlich Gleich finden Aber das Das hakt da nirgends ein Sonst hätte ich so ein Ding Für mein Telefon schon lang Das hakt schon ein Das wurde mir anders Berichtet Okay Sonst hätte ich so ein Ding Nämlich tatsächlich Gernsab gekauft Wollen mal sehen Ob das funktioniert Aber was Braucht es denn so ein Oder andersrum Ihr drei Watchträger Vermisst ihr denn so einen Doc in eurem Leben Ich glaube das Kann ich sehr einfach Mit Nein beantworten Also mir ist dieses Mir ist dieses Produkt Tatsächlich völlig unverständlich Ganz abgesehen von dem Preis Der mehr als haarsträumend ist Also ich meine Eine Plastikauflage Auf die Auf die ich die Uhr Drauflege Die wenig mehr bietet Als mir Als das Kabel einfach so Hinzulegen Das ist vielleicht ein bisschen Mehr Ja Ja gut Das Foto Wusste ich doch Dass ich das noch Dunkle im Hinterkopf hatte Ihr Cable Cessar Von Panic Führt vor Wie man diese Remote Loop Wunderbar an Mäuse Und auch an Tastaturen Tastaturen Ja das ist sehr gut Ich meine wenn du Das Problem hast Dass du gerade V-Sports Beat Sports Mit deiner Tastatur spielst Und du willst irgendwie Mal einen Aufschlag machen Dann kannst du das hier mit tun Ja Also dann muss es auch Am iPhone passen Also mir wurde ja Anderes gesagt Ich werde das verifizieren Und möglicherweise Sowas bestellen Aber selbst dann Ist es immer noch Also ich meine Dieser Remote Loop Hat doch so Schnupsiges wie früher Die Dockkabel Dass du draufdrückst Und dann gehen die Zähnchen rein Ja Und das müsstest du doch In jedem In jedem Lightning halten Oder Weil der hat doch Da auch diese Kügelchen Vielleicht Ich bin da unsicher Müssen wir mal ausprobieren Aber es ist auch Andererseits völlig egal Was Design ausreiße Jetzt dieses Dieses Watchdog Ich meine An sich ist es auch Völlig wurscht Ja Sie können ja Wahrscheinlich Machen was sie wollen Ja auch Hockey Puck Maus Und solche Sachen Aber Ja gut Die Maus hat einen Anderen Stellenwert Weil ich meine Die Hockey Puck Maus War ja nun In Massen Bei Zumindest Beim iMac Ja in Massen Dabei und mit Ausgeliefert Und einfach ein Entscheidendes Eingabegerät Was du den Nutzern Als Standard Mit An die Hand Gibst Und Bei Jemandem Der die nicht Ausgetauscht hat Die tatsächlich Als Ernsthaftes Eingabegerät Verwendet wurde Aber dieses Dock ist einfach Irrelevant Aber es hat schon auch Eine gewisse Verwandtschaft Irgendwie so Diese Hockey Puck Maus Und dieses Dock Sind aus einer ähnlichen Formensprache Sie sind halt rund Ich meine Und es kommt ein Kabel raus Ja Und sie sind Völlig absurd Ja Die Maus Die hat wenigstens Glaube ich nicht 89 Euro gekostet Aber Obwohl Wer weiß Ich kann mich nicht mehr erinnern Ob konnte man die Einzelnen kaufen Wahrscheinlich Wir überprüfen das mal Was die gekostet Ja man muss In Muss die in Heute-Währung Umrechnen Genau Inflation Beachten Und Wer weiß Also die wird sicher auch Wahrscheinlich wird die was Relativ abstrusen Preis Einzelnen gehabt haben Naja Also dieses Dock war einfach In jeder Hinsicht skurril Und Ich war auch erstaunt Dass es tatsächlich Echt Und von Apple war Weil das mir so komisch Workam Und so Suspekt war Und es ist mir nicht Weniger suspekt geworden Also ich meine Inzwischen gibt es ja so Es gibt ja so ein paar Erste Erste Ansätze Und ich glaube Es gibt jetzt auch Ein, zwei Docks Gibt es ja inzwischen Die auch wirklich Den Die das Die das Magnet Die die Magnet Komponente Integriert haben Und bei den ersten Docks Musstest du ja Sowieso immer das Ladekabel Selbst mitbringen Also diese 35 Euro Ladekabel Selbst schon mal Einplanen Nochmal kaufen Oder dein Ladekabel Halt dafür verwenden Wer hat letztens übrigens Den lustigen Witz gemacht Dass man sein Apple Watch Ladekabel nicht auf Reisen Mitnehmen muss Weil es so lange ist Dass es bis An den Urlaubsort reicht Ich weiß nicht mehr Wer diesen Witz hat Ich glaube Basti war Das ist wirklich Extrem lustig Weil ich darüber Noch sehr viel gelacht habe Ich bin mir auch nicht sicher Aber irgendjemand hat es Glaubt Es war plötzlich In meinem Kopf Und ich musste so Darüber lachen Weil es stimmt Also es stimmt Das ist wirklich so lang Das brauchst du nicht mitzunehmen Das lässt du einfach Zuhause in der Steckdose Und das lädst du Kannst du im Urlaubsort Kannst du gerade anstumpfen Kannst du gerade aufladen Und Dieses 35 Euro Gabel Musstest du halt Natürlich einplanen Für die Für die Dockingstationen Und jetzt so die Aber ich meine Diese eine Wer war denn der Hersteller Alex Hast du den noch im Kopf Wer jetzt eins von den Von den integrierten Docks Gerade rausgebracht hat Da hat das Dock ja auch Über 100 Euro gekostet Das war wahrscheinlich auch Natürlich irgendwie aus Alu Und ein bisschen Von den Materialien Ein bisschen Hervorgehoben Aber das Dock war auch Im dreistelligen Bereich Angekommen Der Preis des Docks Mit integriertem Ladekabel War jenseits der Jenseits der 100 Euro Was Ja gut Kann man Kann man dann irgendwann Auch mal anfangen Darüber zu diskutieren Zumal das jetzt auch Keine Wundersame Schönheit war Ich meine Vielleicht besser Als diese 90 90 Euro Plastikhaube Die da jetzt Aus Apple Rausgefallen ist Aber Also diese Docks Sind halt schon Ein bisschen skurril Ich meine Es gibt ja auch So ein paar Simplere Plastikdinger Die irgendwo Zwischen 35 und 50 Euro Ist Da kann man auch Schon drüber diskutieren Ob die für so ein Stück Plastik Was man sich vielleicht Auch selbst aus Irgendem 3D-Druck Herauslassen könnte Wenn man es irgendwie Schafft Sinnvoller ist Oder einfach Sein Ladekabel nimmt Und die Uhr drauf legt Ich erinnere an Mein Pick for 3 4 2 8 Sendungen Für 15 Euro Das halt genau Das Problem löst Was dieses Dock löst Also ich hab Dass du ein bisschen Mehr Ja ein bisschen fixierst Das Ganze Anstatt da jetzt Groß rumzumachen Ich hab mal eben Auf Ebay geschaut Nach der alten Hockeypuckmaus Lässt sich Lässt sich shoppen Auch in Größeren Posten Wenn man halt So einen Haufen Von diesen Müllhaufen Von nicht mehr Ganz frischen Mäusen haben möchte Die sehen auch so aus Als wäre das nicht Unbedingt Spurlos Gealtert Das Plastik Das hat nämlich auch So eine Ungesunde Färbe Angenommen Die Kabel Vor allen Dingen Die Kabel waren Schwierig Ich sehe diesen Docks Extrem kritisch Gegenüber Ich hab nie Wirklich den Sinn Davon Mitbekommen Gerade jetzt von dem Apple Dock Das ist so Oder dieses Ja Magnetic Charging Dock Von Apple Es macht einfach Also diese Aufstellposition Die ist mir halt Ein bisschen Fremd Weil ich die Uhr Nicht am Nachtisch Lade Und noch die Nachttisch Funktion Nachttischwecker Funktion Benutze Ich hab jetzt Allerdings Nen Dock Gekauft Gerade ganz frisch Aus einem Ich hab das 12th House Forte Dock Gekauft Aus einem Aus einem Einzigen Grund Und zwar Dass wir hier Im Haus Zwei Uhren Haben Und die Die müssen Aufgeladen werden Damit die hier Leute aus dieser Familie nicht Vergessen An sichtbaren Orten Und wenn eine Uhr Liegt Dann ist sie schon Mal nicht sichtbar Und Zweiter Grund Ist Dass das Der Vorteil Von dem Fortee Ist jetzt irgendwie Dass es ein bisschen Höher steht Weil der Sichtbare Ort An dem Den wir jetzt Gewählt haben Ist das Badezimmer Und wenn da Irgendwie so Wasser Und Sachen Umkippen Und so weiter Möchte ich nicht Dass es irgendwo Liegt Die Uhr Und deswegen Habe ich das Jetzt mal Gekauft Und Finde es Auch ganz nett Das jetzt irgendwie Okay Das wäre Meine Frage gewesen Ob ich der Einzige Werden Das pot Hässlich Findet Gut Es kommt Dann glaube ich Auf Geschmack Fällt es Irgendwann Zurück Die Frage Es war das Was für mich Am optisch Besten Aussah Von den Ganz verschiedenen Docks Vielleicht fest Es ist nicht so Einfach Ein Dock Oder einen Ständer Für diese Uhr Zu bauen Der irgendwie Gleich anspricht Weil Das ist jetzt Für mich Auch nichts Das sieht so Ein bisschen Fies aus Finde ich Was ist denn Mit diesem Mit diesem Ding Das 40.000 Euro gekostet hat Was war das nochmal War das Irgendwann so ein Löwe Oh ja Der Löwe Alex Hättest du nicht Was fürs Bad Der wäre jetzt Ich weiß nicht Wer den ausgegraut hat Ja dieser Löwe Aus Feiner Handgeschnitzter Carbonfaser Es war auf jeden Fall Ich dachte Das war aus Elefantenzähnen Oder so Elefantenfüßen War der wirklich Für die Apple Watch Oder war der für Was anderes Der war für Normale Luxus Watches Da muss er aber Kevin Rose fragen Achso Okay Da komme ich ja Ehrlich gesagt Noch nicht drüber weg Ernsthaft Das letzte was ich Zwischen Was ich Kevin Rose Zwischen Dignation Und dieser Uhrengeschichte Gesehen hat War die Nummer Mit dem Waschbär Was Waschbär Nummer war Die sagt mir gar nichts Echt nicht Das ist Super Meme Er hat so Ich suche das mal raus Aber Oh man Das ist also lustig Das sagt mir gar nichts Er hat irgendwie nur so Überwachungskamera Und Er hat irgendwie Geräusche gehört Ach ja ja doch Ich erinnere mich wieder Und dann hat er diesen Waschbär genommen Und Seine Hauseinfahrt Runtergeworfen Das ist gewiss Fantastisch Und hat diesen Waschbär da Weggehauen Der hat auch den Hund Angegriffen Und dann Ich meine Ja was war denn das für ein Hund Wenn der sich von diesem Ganz kleiner Hund Der halt kleiner als der Waschbär war Und Wie heißen die in Amerika Die heißen noch nicht Waschbären oder Raccoon heißt das Raccoons Raccoons genau Und die haben Die haben nicht so Nicht so einen hohen Stellenwert Also Raccoons In meiner Vorstellung Sind Raccoons So total niedliche Tierchen Aber Ja die Amerikaner Die denken auch Eichhörnchen Wären voll die Ratten Ja weil es einfach Ein bisschen viele Ja 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 Und Dann sind die auf einmal Nicht mehr süß So wie Tauben So eine Taube Oh schön Ja Und dann So ein Platz voll mit Tauben Nicht mehr so toll Ja Ja stimmt Ja Tree Reds Ja Naja Schauen wir mal Beziehungsweise kommt heute auch wieder mit freundlicher Stützung von Jimdo Wenn ihr eine Website bauen möchtet Dort gibt es die App gleich dazu Ihr könnt dort den ganzen Content von eurer Website mit der App verwalten Das heißt auch wenn ihr jemanden habt der die Website verwalten muss Der nicht mit einem PC rumtut Vielleicht ist das so eine Möglichkeit zu sagen Okay wenn du dir irgendwo beim Webdesigner eine App eine Website bauen lässt Die kannst du nicht wirklich mit der App bearbeiten Weil die App dazu die wäre viel zu teuer für eine einzelne Website zu bauen Ja genau Also kannst du da vielleicht so eine Lösung anschauen wie Jimdo Und was neu ist bei Jimdo der Umzugservice Drei Varianten den Umzugservice zu machen Der gefällt dir gut Der gefällt mir ziemlich gut Drei Varianten Entweder ihr nehmt einfach eure Domain mit Ihr tragt dann die entsprechenden DNS-Geschichten um Wenn ihr schon eine Domain habt Und gut ist das ist in eurem Jimdo Pro für regulär 5 Euro Mit unserem Code dann 4 Euro schon enthalten Variante 2 Ihr habt eine Website irgendwo Und möchtet die von Hand umgezogen bekommen Das kostet normalerweise 750 Euro Das gibt es aber zur Zeit ab sofort nur 390 Euro Und dann nehmt ihr halt das Jimdo Pro oder Jimdo Business Paket dazu Das ist die zweite Variante Und die dritte Variante ist Wenn ihr gerade eure Website bei 1&1 habt Dann sind diese 390 Euro geschenkt Ja Ich kann da auch nichts dazu sagen Ihr sucht euch ne Template aus Dann zieht das dort jemand um Nimmt die alten Artikel und Seiten mit Und schaut dass eure Logos und CI und Kram alles mitkommt Und ihr zahlt dafür keinen Cent Wenn die Seite vorher bei 1&1 lag Schaut einfach mal rein auf Jimdo Wir haben den Gutscheincode Witz und so für 20% Rabatt Dann kostet die Jimdo Pro-Seite noch 4 statt 5 Euro Der Shop ist drin in der Basisversion Und in dieser Pro-Version Und damit lässt sich schon einiges anfangen Also herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung Und wenn ihr die Seite umzuziehen habt Dann benutzt das gerne mal Ihr könnt auch kostenlos testen Könnt auch dauerhaft kostenlos bleiben Schaut es euch mal an Wenn ihr so eine Seite braucht Und auch die mobilen Apps dazu anschauen möchtet So, ich hatte eine Sache gesehen Die fand ich auch noch ganz interessant Ich habe es noch nicht ausprobiert Aber das ist hier Fairright Das ist so ein, sie sagen nur ein Recording-Studio Das ist eine App für iPhone und iPad Die sowas macht irgendwo zwischen Audition, Logic, Garageband Für Audio-Multi-Track-Produktion Und das sieht schon relativ kompetent aus Auf den ersten Blick Okay Firmenname ist Woojie Juice Muss mal erstmal klarkommen Aber heißt halt Woojie Juice Und macht halt Sachen mit Multi-Track-Audio Jetzt ist es ja grundsätzlich schon so Dass du an das iPad über diesen albernen Kamerakonnektor Ein USB-Audio-Interface dran knallen kannst Unter anderem auch meines hier mit den 192 Kanälen Und dann hast du die 192 Kanäle in deinem iPad Kann sein, dass man das will Vielleicht auch nicht Weil das macht so ein ungutes Gefühl Weil du denkst, es ist ja kein echter richtiger Computer Und selbst der echte richtige Computer Kommt ja mit USB-Audio nicht klar Alex Sie ja Alex Ja Ich habe, das ist ein kostenloser Download übrigens Also das kann man einfach ausprobieren Es gibt zwei Inhab-Käufe Und der Jason Snell hat darüber geschrieben Und es auch ausprobiert Einen Podcast damit zu schneiden Und er hat sehr positiv berichtet Er würde jetzt nicht von Logic irgendwie weg Aber er meinte irgendwie so Sein einer Schnitt von dieser einen Podcast-Episode War erfolgreich und in gleicher Zeit machbar Was ja schon echt ein gutes Statement ist Und es ist ein 1-0 Also weiß nicht, wo die noch hinwollen Ich habe dieses Inner-Paket gleich mal gekauft Ohne irgendwie einen sinnvollen Anwendungsfall dafür zu haben Muss ich mal gucken Ich wollte es wirklich mal ausprobieren An irgendwie An irgendeinem Recording Und das zusammen schnipseln Was man dann dabei rauskriegt Ich kann irgendwie keine MP3s exportieren Aber das kann man ja über irgendwie Workflow-Geschichten Und so kriegt man das trotzdem Je nachdem, wie man enkodiert und gedieren möchte Aber das sieht sehr, sehr cool aus Und ich habe auch so ein externes Mic mal irgendwie dran geklipst Das erkennt die App dann auch sofort Und lässt mich Sachen aufnehmen Und kannst Effekte drüberlegen Und Noise-Canceling machen Und solche Geschichten Also ich muss es selbst nochmal ausprobieren Aber es sieht sehr logic aus Und wenn es denn so hält Und wenn es noch so weitergeht mit der Entwicklung Weil so eine 1-0, die kann man immer so selten vertrauen Dieser Tage Aber ich glaube, es ist ein ganz guter Anfang Das ist halt so die Frage bei Also wo stößt die ganze Sache mit Wolke und Zeug an die Grenzen Wo kriegst du so Zeug rein und Dateien rein und raus Wo stößt an die Grenzen bei Audio und Video Bilder So ein großes Foto ist irgendwie 10 Megabyte groß Das kriegt man irgendwie durch die Wolke geschoben Sogar in Deutschland Aber wenn du halt anfängst mit Audio und Video Dann wird es halt gerade so eklig Das ist halt zu lange und dauert Aber Fotos waren halt auch vor 5 Jahren In der Wolke halt undenkbar Also oder sehr schwierig vorstellbar Und heute hast du irgendwie eine Fotobibliothek Die in meinem Fall beispielsweise iCloud irgendwie so halb auf dem Rechner liegt Halb in der Cloud Und bei Bedarf wird halt das Foto nachgeladen Und funktioniert Und deswegen Man muss da glaube ich von ausgehen Dass das halt alles zunimmt Klar, du hast Videomengen Die sicher nicht noch unvorstellbar sind Halt irgendwie schnell mal per Wolke Auf das Gerät zu transferieren Aber wir kommen da schon hin Also das ist glaube ich Keine Frage Gut Das ist ja der Witz letztlich Sobald du natürlich anfängst Das iPad auch wieder mit den Accessoires auszurüsten Und halt doch wieder eine Tastatur In irgendeiner Form mit dem iPad Mit dir herumträgst Bist du ja im Vergleich Selbst zu einem Also nicht nur zum 12er Retina Sondern auch zum Selbst bis hin zum 13 Zoll MacBook Pro Du bist ja vom Gewicht her Nicht mehr so furchtbar weit entfernt Ich meine das iPad Pro Ist jetzt ja nicht Besonderlich massiv schwer Aber ich meine Das ist halt Ja so erste iPad Generation schwer Und damit schwer genug Dass sobald du da noch was hinzufügst Du schnell in den Kilo Bereich reinkommst Und ich meine Ich weiß nicht mehr Die Logitech Tastatur Die es ja jetzt Besser gibt Als die Als Apples eigene Smart Keyboard Die scheint ja ordentlich Gewicht aufzuschlagen Das ist ein Totschläger Also die wiegt praktisch dasselbe Was das iPad wiegt nochmal Und damit wanderst du halt über die 1 Kilo Grenze Also du wanderst sehr schnell In das Territorium vom 13er MacBook Pro Und wenn du Das heißt Du hast dann Vom Mitnehmen her Hast du keinen Gewichtsvorteil mehr Du hast maximal Tatsächlich halt Den Vorteil Ein Gerät zu haben Was halt einfach eine Glasscheibe ist Die halt Von ihrer Software lebt Und die du mit einem Mit einem Pencil Bearbeiten kannst Wenn du dazu in der Lage bist Und damit was Sinnvolles machen kannst Und unter Umständen mit Software Die halt Die halt hoffentlich Eines Tages dann noch Aus dem iPad rausfällt Oder auf das iPad drauffällt Das ist lustig Die Pencils Diese schwierige Verfügbarkeit Die ist ja auf mehreren Punkten schwierig Und einer der Punkte ist Dass erst jetzt Irgendwie in der letzten Woche So ein paar Videos rausgefallen sind Wo Leute Die es drauf haben Mit so einem Stift umzugehen Auch einen bekommen Das heißt so die Also Berichterstattung Im Anführungszeichen Von Leuten Die wirklich so was Ein Pencil Verwenden können Der nicht nur irgendwie Ein bisschen was aufs Display schreibt Sondern die wirklich damit irgendwie Sachen malen können Und so weiter Fallen erst so Po a po raus Kommt halt so stark verzögert Und das was man halt In diesen ersten Videos sieht Ist schon sehr beeindruckend Finde ich Also Ich habe ja auch so ein Pencil Hier rumliegen Und ich konnte damit Bislang nichts Sinnvolles anstellen Außer halt so Zu sagen Ja das sieht sehr sehr technisch Sehr sehr gut aus Und ich kann da ein bisschen schon schreiben Und es gibt kein Lag Und cool Aber Kannst du denn wirklich damit Also wenn du jetzt Notizen aufschreibst Sieht das genauso aus Wie auf einem Blatt mit einem Bleistift Oder siehst du so Ja fast Also das Gefühl Replizierst du natürlich irgendwie nicht Also es fühlt sich halt immer noch an Wie Plastik auf Glas Und nicht irgendwie Tinte auf Papier Aber Aber du kannst damit Sehr sehr Genau schreiben Dadurch dass du keine Verzögerung hast Es konnte halt kein Stylist Zuvor leisten Schreibst du halt Ohne nachdenken zu müssen Und ja Es sieht genauso scheußlich aus dann Wie ich Wenn ich auf Blatt Papier schreiben würde Also es ist Es ist wirklich grausam Aber Handschrift ist was Nicht Einfaches Nee Es ist Also so schön schreiben Ist eine Kunst Aber auch Ich weiß nicht Ich habe die Nots ab jetzt Irgendwie ständig in Verwendung Und dann halt auch mal So was Kleines zu zeichnen Ja Irgendwie hier Umrisse von irgendwie So Zimmerplanung Und solche Geschichten Habe ich mir mit einem Pencil gemacht Und so Ist cool Also es ist wirklich Wirklich cool Als ich jetzt in den USA war Im Spätsommer Da hatte Jedes Startup Hatte irgendwie so ein iPad Am Eingang Hängen Wo du dir halt Irgendwie dran schreiben müsstest Dass du dir keine Fotos machst Und dass du hier alles Vertraulich behandelst Und so Es war immer ein iPad Und es war immer Dass du deine Deine Unterschrift dort leisten musst Und ich meine Mittlerweile haben wir alle gelernt Dass du irgendwie so Den Fingernagel an den Westen verwendest Und dann so Rückseitig irgendwie So ein Kürzel dorthin Kritzelst Aber es ist halt Nicht ansatzweise vergleichbar Was so ein externes Eingabegerät Wie der Stift Hat irgendwie Der Finger ist halt schon Echt dominierend Und das funktioniert Viel viel besser Also ich habe auch versucht Mit dem Pencil Durch Apps zu navigieren Und so weiter Das ist Mist Der Finger ist halt Viel viel besser Aber gerade wenn es darum geht Dass du halt irgendwo Ja was Kleines zeichnen möchtest Irgendwas unterschreiben möchtest Was malen möchtest Viel wert Habt ihr das mal gesehen Bei den Autoverleiern Die hatten so eine Zwischenlösung Wo du auf so einem Vakuum unterschreiben solltest Ja Und wenn du da hingegangen bist Hat gleich der Mitarbeiter Dir gesagt so Ja sie müssen hier unterschreiben Aber sie sehen es nicht Ich sehe das dann Ja Und es war schon so diese Angst Dass du gleich Dass der Kunde gleich sagen wird Ja ich sehe aber nicht Was ich da unterschrieben habe Ja Weil das war einfach nur ein Vakuum Oder sowas Ein kleines Und auch nicht so wie bei Zum Beispiel Ikea Hat so E-Paper zum Unterschreiben Ja Und 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 Aber diese Lösung Dass der Kunde nicht sieht Was er da macht Ist gar nicht gut Ja dann lieber so völlig kaputt Wie bei den DHL Computern Wo du also Ja So ein Dreieck am Schluss Übrig bleibt von deinem Namen Ja ja Da siehst du wenigstens Dass irgendwas passiert Oder auch sehr gut Diese DHL Computer Die schon von zu heftigen Zudrücken Die die Folie schon völlig zerstört haben Ja Na gut Aber andere Sache Auch mit der Handschrift Also bei mir ist es zumindest so Wenn ich irgendwie Was Neues anfange Und ich muss mir Erstmal klar werden Wie mach ich das Dann ist Die direktere Verbindung Von Kopf Zu Medium Papier und Stift Das geht nicht Das geht nicht Wenn ich das irgendwie tippe Oder so Ja ich weiß nicht Wie das jetzt wäre Wenn ich so diese Notizen Mit Mit In digital machen würde Weil da muss auch teilweise so Erstmal die dummen Ideen Müssen erstmal raus Erstmal rausschreiben Oder aufmalen Erstmal das dumme Wegmalen Wegschmeißen Und dann nochmal richtig Ja Um zu vermeiden Dass man die Die schlechte Lösung Erstmal irgendwie Programmiert Und dann sieht Oh nee Das war dumm Dann mach es noch nochmal Und dann kann man sich das Vielleicht sparen Und das funktioniert Für mich am besten Wenn ich es erstmal Auf Papier mache Ich weiß jetzt nicht Ob das Wegen dem Schreiben ist Oder Weil es Papier Und Stift ist Und kein Computer Ich weiß nicht Wie das jetzt wäre Wenn ich sowas zum Beispiel Auf In digital machen würde Keine Ahnung Ja ist eine gute Frage Weil ich bin Ein komplett Anderen Ansatz Mittlerweile gewohnt Also wenn ich wirklich Schnell was auf Niederschreiben muss Weil ich Sachen Vergesse mittlerweile Im Alter und so weiter Dann ist das Für mich die Tastatur Also ich bin Handschriftlich Mittlerweile echt so langsam Und deswegen muss das Dann erstmal Also noch Wenn es noch Wenn es noch Größere Massen sind Die raus müssen Dann nehme ich auch gerne Mal irgendwie Audio Clips auf Ja Dann hast du Dann kannst du es Weg sprechen Aber die Tastatur Ist für mich der Schnellste Und deswegen mache ich Diese handschriftlichen Punkte Nicht Deswegen kann ich jetzt Nicht so richtig sagen Ob das irgendwie Vergleichbar ist Das müsste man ausprobieren Aber ich glaube wirklich Es war ein erheblicher Marketing Nachteil Dass diese Pencil Geschichten Nicht im Handel sind Und nicht irgendwie Gleich zum Start Leuten in die Hand Gedrückt wurden Die damit irgendwie Was zeichnen können Die Sachen die jetzt aus Die Leute in Procreate Und so weiter erstellen Die sehen wahrlich Faszinierend aus Und das reicht ja meistens Schon irgendwie zu Unterstreichen Dass da irgendwie Dass man das damit Ganz gut machen kann Und Apple will sich ja Gerade auch mit dem Pencil Also halte ich für eins Halte ich für das Spannende Zubehör Einfach für das Pro Und das hätte man Glaube ich Noch besser herausstellen Müssen Und es tut sich erst Jetzt und jetzt so auf Was das Ding Was das Ding eigentlich kann Also gerade wenn du jetzt Irgendwie die Videos schaust Die so im Netz rumschwirren Ja wo Leute irgendwie Die ein Vakuum haben Irgendwie auch so ein iPad Pro gekauft haben Und den Pencil Was die so im Vergleich Irgendwie sagen Das ist Das ist alles schon sehr 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 Positiv für das Pro Mit dem Pencil zusammen Jetzt und so kommt heute auch Wieder eine freundliche Stützung von 99 Designs Wenn ihr was designt haben möchtet Weil ihr selbst nicht könnt Weil ihr keinen Pencil habt Dann könntet ihr dort zum Beispiel Hingehen und sagen Ich brauche bitte ein Design Ihr könnt einen Wettbewerb dort ausrichten Ja in einer bestimmten Kategorie Es gibt viele Kategorien Sowas wie Website Design Oder ein T-Shirt Oder eine Tasse Oder solche Sachen Irgendwelche Designs Die ihr braucht Die ihr ausgeführt braucht Entweder ihr macht es völlig offen Und sagt ich brauche irgendwas mit Eichhörnchen Dann kommt irgendwas mit Eichhörnchen Ihr macht diesen Wettbewerbstext Am besten auf Englisch Damit das möglichst viele lesen können Ihr bekommt zusätzlich Wenn ihr über unseren Link geht Das Powerpack im Wert von 85 Euro dazu Dann wird euer Wettbewerb nach oben sortiert Und irgendwie dick gedruckt Und hervorgehoben Und die Leute sehen das besser Und ihr werdet im Blog von 99 Designs Glaube ich auch gefeatured Und damit könnt ihr dann sagen Okay ich brauche dieses Design Dann kriegt ihr Vorschläge Und ihr könnt dann mit den Designern Auch diskutieren Und sagen Ja mach mal mehr Eichhörnchen Ja irgendwie Immer ein valider Punkt Ja Mehr Eichhörnchen Ja Und dann könnt ihr das dort sozusagen Teilweise auch so in erste Runde Zweite Runde geteilt Und so eine Eliminationsrunde Dass dann die Am Schluss vielleicht nur noch mit zwei Drei Designern Dieses dann gegeneinander austragen lässt Welcher macht das Beste Und dann könnt ihr demjenigen Den Wettbewerb gewinnen lassen Der bekommt das Geld Und ihr bekommt das Design recht sicher Klicken beide auf den Vertrag Und sagen ja ist gut Dann kriegt ihr das Dokument Das wird übrigens auch Was ich extrem praktisch finde Das Dokument wird dort bei 99 Designs Ewig aufbewahrt Das heißt wenn ich jetzt nochmal Mein altes Design hier brauche Die Originaldatei Und ich habe sie selber verballert Dann liegt die da noch Auch sehr sehr praktisch Ich habe sie selber verballert Ist ein Wort das ich sehr gut kenne Und ihr könnt da einfach mal reingehen Ihr habt auch eine 100% Zufriedenheitsgarantie Wenn ihr den Wettbewerb entsprechend einstellt Bekommt ihr auf jeden Fall ein Design Mit dem ihr 100%ig zufrieden seid Oder euer Geld zurück Also ihr könnt dort Designs machen lassen In vielen verschiedenen Arten Ihr sagt ich brauche am Schluss Ein Photoshop Dokument Oder ein SVG Oder was auch immer Und dann bekommt ihr das Und ihr könnt es dort In so einem 99 Designs Wettbewerb austragen Geht mal bei Bits und so In die Shownotes von der 448 Dort ist der Link zu 99 Designs Und da könnt ihr dann Euer Powerpack gratis bekommen Herzlichen Dank für die Unterstützung So Vor einer Weile habe ich mal gesagt Ich habe hier mein MacBook Auf so einem Plastikständerchen stehen Und habe meinen 27 Zoll iMac Als Display dafür Und habe gesagt Dass dieses MacBook mich eigentlich Furchtbar ablenkt Und eigentlich würde ich es am liebsten zuklappen Und hast du gesagt Haha Ich habe gelacht Dann habe ich Alex noch ausgelacht Und er hat das gleiche gesagt Er will sein MacBook docken Und sein 23 Zoll Cinema Display benutzen Dann hast du gelacht Habe ich gelacht Laut Laut Hals gelacht Weil Was macht das für einen Sinn Wenn du mehr Bildschirme haben kannst Warum bildst du nicht Dann bildst du dann nur einen Wenn das macht überhaupt keinen Sinn So Dann habe ich im Büro mal Den Sonnbock zugeklappt Ich habe immer viel mehr Gebacken bekommen Als vorher Das ist ziemlich schockierend Also es ist Ohne Scheiß so Ich arbeite seitdem Nur noch oft Gut zugegeben Ich habe einen 30 Zoll Monitor im Büro Da ist viel Platz drauf Aber auch zu Hause Da habe ich halt nur einen 24 Zoll Monitor Und Da ist der Effekt derselbe Also dieses Ich mache mal zu Und sehe nicht gleichzeitig Twitter Slack Facebook Messenger iChat Oder Messages Heißt ja inzwischen auch Mail Ähm Was habe ich noch Noch irgendwas Und das Ding An dem ich Eigentlich Gerade arbeite Alles gleichzeitig Auf einem Auf Auf zwei Bildschirmen Sondern ich sehe halt Hauptsächlich Die Applikationen An der ich gerade arbeite Das macht so Unfassbar viel aus Das Schockiert mich Und das hätte ich nicht gedacht Und ich schäme mich Ja deswegen Also Ich habe halt auch so Mit Wenn da vor allem Twitter ist am schlimmsten Weil sich das ständig bewegt Ja Das ist halt ständig so eine So eine Wenn das auf Streaming eingestellt ist Und Da die Dinger live reinkommen Das ist Zu viel Bewegung Einfach wenn sich was bewegt Bist du halt immer noch so T-Rex Brain Und willst du hingucken Und reinbeißen Ja Ja Wo geht's mir Genau das Vögelchen Oh Hat auch mitunter einen Nachteil Also wir benutzen Für unsere Teamkommunikation Slack Und es passiert mir jetzt Deutlich öfter Dass ich relativ lang Auf irgendwas nicht antworte Weil ich es nicht sofort mitbekomme Das war halt bisher so Es kam irgendwas rein Ich sehe dass da Irgendwo ein Ein Böbel An irgendwas ist Also dass ich einen Böbel in Slack Am Dock-Icon habe Ist relativ normal Also irgendwas ist immer Und wenn es halt nur irgendein Commit ist Der gerade in den Entsprechenden Channel Reingepusht wird Also nur weil ein Böbel am Am Ding unten ist Das heißt für mich Noch nichts Ähm Der Nachteil an der Sache ist Dass ich über ein halbes Jahr lang Meine Kollegen erzogen Hab Wenn du mir einen Slack schreibst Schreibe ich den halt von Drei Sekunden zurück Und das ist jetzt ein bisschen Schwierig Weil Habe ich eine Nachricht Dann kriege ich drei Sekunden Später eine Nachricht Hallo bist du da Vier Sekunden später Bekomme ich dann Eine iMessage Bist du überhaupt am Rechner Ähm Ja Und ich so Hä Hä Und dann guckst du halt So ein Slack So 5000 Nachrichten Drei Gifs Und man hat es halt Einfach nicht mitbekommen Ähm Kann ich jetzt mitleben Und ich denke Da wird man sich dann Auch dran gewöhnen Ähm Aber ich finde es erstaunlich Ähm Wie viel effizienter Ich jetzt Während meiner Arbeitszeit In Facebook unterwegs bin Ja Ich meine Lebe Hast du auch so ein Ablenkungsproblem Jetzt mit dem Fernseher daneben Läuft der immer Ne Lebe läuft nicht immer Ähm Manchmal lasse ich die Screensaver laufen Und den Bildschirmschoner laufen Und der zeigt mir Irgendwelche Irgendwelche Ruhigen Bilder Ähm Ja Ne Ne Ich Ja Ich habe das Ablenkungsproblem Auch schon auch Ich meine Das Dem kann man sich Natürlich nur schwer entziehen Aber Der Witz ist ja Ich arbeite ja Einen guten Teil der Zeit Auf dem Auf dem 11 Zoll MacBook Air Da hast du nicht so viel Platz Um da allzu viel Ablenkung So prominent platziert zu haben Äh Dass sich das Dass sich das sozusagen Aus dem Augenwinkel Immer rausreißt Aber auch nicht mit Mit externem Display An dem 11 Zoll Also Ne Ne Das ist ja Ich arbeite wirklich Auf dem Rechner dann Komplett mit eigenem Display Ein Display Integriert Fertig Und ja Auf dem 11 Zoll Du kannst zumindest Fenster kaum so positionieren Dass dich da groß was ablenkt Insofern ist der Praktisch mit automatischem Vollbildmodus Wenn man so will Eingebaut Und Ja Ansonsten ist es halt Ich meine Wenn man anfällig ist Für die Ablenkung Ist es sicher hilfreich Die möglichst In so einer Form Aus den Augen Zu verbannen Und dann auch Aus der Menüleiste Und so weiter Dass die ja nicht An einer anderen Ecke Wieder erwischen Und Benachrichtigungen Am Telefon Und so weiter Auf der anderen Seite Ist natürlich Je nachdem Was halt die Arbeit ist Ist natürlich auch Ein Teil davon Besteht natürlich auch In diesen Unterbrechungen Weil du ja unter Umständen Da was mitbekommst Was jetzt bei mir Spezifisch so ist Oder bei Alex Wahrscheinlich auch Er Dass das dann halt Sachen sind Die dann halt Relevant Arbeitsrelevant sind In dem Fall Bei dir vielleicht Aber auch was Ich meine Es kann ja auch Eine Kommunikation Dann sein Die unter Umständen Was konkret relevantes Auch hat Absolut Aber wenn du Also Ich bin jetzt Noch nicht so weit Weil ich dann doch Immer mal wieder Immer noch Das Bedürfnis Verspüre Jetzt mal wieder Zu gucken Ist da inzwischen Was reingekommen Ich meine Spätestens bei Twitter Vibriert dann das Telefon Trotzdem nochmal mit Und dann die Uhr Und Und noch 18 andere Sachen Die irgendwo rumstehen Hast du Zum Beispiel Twitter Kriegst du für jede Menschen Eine Benachrichtigung Das habe ich zum Beispiel ausgemacht Ich nicht Das ist relativ entspannend auch Ja ich möchte es aber Ich habe jetzt nur noch Von Leuten Denen ich auch folge Ja Dann brauche ich länger Bis ich antworten kann Aber Das iPhone hält mal das Maul Das ist eigentlich ganz nett Ich könnte das mal versuchen Aber was man sich natürlich Dann in dem Moment Implementieren kann Irgendwie so sagen Ich mache jetzt so Benutze irgendeinen Pomodoro-Timer Zum Beispiel Der mir halt alle 25 20, 25 Minuten Sagt Jetzt machen wir mal Kurz eine Pause Und mir halt dann In dem Moment Und meine Pause Muss ja nicht heißen Ich gehe jetzt eine rauchen Ich schütte mir jetzt Einen Kaffee ins Gesicht Irgend so was Sondern die Pause Kann auch heißen Ich benutze die nächsten 5 Minuten Um meine sozialen Medien Zu überprüfen Und Das heißt Worst Case Liegt halt Die Antwort Also soziale Medien Oder Kommunikationstool Im Worst Case Liegen die Die Liegt dann halt Eine Eine Anfrage 20 Minuten Da kann Kann ich Kann denke ich Jeder mit leben Aber Du kriegst halt Also Ich kann es natürlich Nicht messen Erklär mir gerade noch mal Diese Tomatenmethode Pomodoro-Timer Tomate-Timer Ist auch eine Möglichkeit Das ist Ist halt eine Eine Methode Also ich möchte dazu sagen Ich 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 folge dieser Methode Nicht Weil Weil ich das momentan Für mich noch Also Ich Ich benutze das nicht Weil ich jetzt Weil ich nur damit Mein Twitter-Feed Gecheckt bekommen würde Sondern das schaffe ich halt auch Noch Durch Sonstige Ablenkungen Aber diese Pomodoro-Methode Baut halt darauf auf Dass Dass du deinen Dass du deinen Arbeitstag In 25 Minuten Blöcke Aufteilst Weil Es ist So in der Regel Ist das so Die Zeit Nachdem dein Gehirn Erstmal so ein bisschen sagt Ich brauche mal eine Pause Und dann machst du Definierte kurze Pausen 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten 30 Je nachdem Also normalerweise Hast du 5 Minuten Pausen Und halt große Pausen Irgendwann machst du dann Pausen Und arbeitest nur noch 5 Minuten Fokussiert Und machst dann 30 Minuten Pause Das ist auch eine Möglichkeit Da musst du halt in 5 Minuten Sehr viel gebacken kriegen Genau Wenn dir das möglich ist Das ist ja auch völlig in Ordnung Ja Und genau Da gibt es halt Gibt es zig Apps dafür Die sich halt darum kümmern Zum Beispiel auch Die Tomaten Timer Webseite Die sich halt nur darum kümmern Dass du halt sagst Okay ich fange jetzt an zu arbeiten Und ich arbeite jetzt an diesem Task Und dann sagt mir diese App Wenn die 25 Minuten abgelaufen ist Okay jetzt mach mal kurz 5 Minuten Pause Weil du gehst da dann auch Ganz anders An ein Problem ran Also es gibt schon so So Phasen Wenn du mal voll in der Zone bist Dass du 2 Stunden lang 5 Stunden lang An irgendwas hinklöppelst Und das läuft dann Dann brauchst du das nicht Aber so Meistens ist dem halt nicht so Kommt halt auch drauf an Was du für eine Arbeit gerade hast Also manche Sachen Sowas wie Sowas ähnliches Wie eine Hörbuchproduktion schneiden Das hast du halt Deine 18 Stunden Clips vor dir liegen Und die musst du halt Der Reihe nach durcharbeiten Und das ist auch Man hoffst halt Dass du keine Fehler Oder allzu viele Fehler reinbaust Weil du unkonzentriert wirst Oder sowas Aber das ist einfach Relativ maschinelle Arbeit Du musst irgendwie Skript und Ergebnis Überprüfen Und schneidest das Reihe nach durch Wenn du irgendwie Was ein bisschen Kreativeres machst Wo du Eine Lösung für ein Problem Finden musst Wo du nicht weißt Wie die Lösung geht Dann ist halt auch so Du versuchst Also was ich vorher gesagt habe So erstmal den Unsinn rausschreiben Kann aber auch sein Dass das einfach An diesem Tag Nicht funktioniert Du versuchst es Für 8 Stunden Und es geht nicht Gehst einmal schlafen Kommst zurück Machst es in 5 Minuten fertig Es ist so oft Gerade bei So Programmierblödsinn Dass du es Einen Tag lang versuchst Es geht nicht Du schläfst drüber Und es passiert sofort Das was du wolltest Und das ist einfach Weißt du musst einfach Eine Nacht drüber Drüber schlafen Musst du deinen Timer Auf eine Nacht stellen Und Geht auch Dann geht es wieder Kein Problem Ja Was passiert jetzt Wenn der vorbei ist Dann klingelt es Dann sagt dir Wenn du jetzt Desable Alerts angemacht hast Du kriegst also eine Nachricht Hey Geh wieder arbeiten Volles Schwein Tja Ne also ich würde sagen Versucht mal einen Monitor Mit Ich finde jetzt auch Gerade hier Fürs Zeigen Habe ich hier immer Den Fullscreen Auf dem Macbook Hier so mit Mehr Finger gehst Um dazwischen Hin und her zu schalten Finde ich auch Gar nicht so schlecht Ich habe noch gar nicht So viel mit dem El Capitan Splitscreen gemacht Da komme ich ja noch gar nicht Also mit so Fullscreen komme ich ja tatsächlich einfach gar nicht zurecht Das kriege ich einfach nicht gebacken Fühlt sich auch so verloren im Raum Ja ja Und also allein schon Dass mir die Menu Bar fehlt Nervt mich total Ja gut Das ist Kommt halt auf die App an Wenn du sowieso da nie rein musst Und weißt Was du da An Tastatur Schaut Ist aber auch so Power User Ding Das Weiß nicht Final Cut Weiß ich schon Das kann in einem großen Fenster sein Das hat da ihre Die fünften Pains drin Und das geht Und das hat auch andere Pains drin Ja Ach nein Und Eigentlich nicht Es funktioniert ja meistens Sehr schön zur Zeit Aber wenn Dann fragst du dich Na was ist denn jetzt schon wieder? Hm Tja Ja ja Ähm Aber versucht mal einen Monitor Und dann spart man sich auch Ich hab zum Beispiel das Problem mit mehr Monitor Wohin mit den Lautsprechern Ich hab so diese Monitorboxen Und dann Muss da eine Lücke sein Für die Monitorbox Weil vor dem zentralen Monitor Hab ich dann eben zwei Monitorboxen Und dann muss da Platz sein Und daneben nochmal Platz für das zweite Display Dann ist das sehr weit weg Dann Drüber Drüber ist auch nicht so Ne Mal sehen Ähm So Ähm Wir haben wieder Äh Audible heute als Sponsor Basti Hast du dir was ausgesucht? Du bist hier der Der Lesefuchs Der Lesefuchs Der gerne hört Ich hab mich in meinen Audible Account wieder eingeloggt Und das Schöne ist Man sieht ja da immer in seiner Äh Man kann ja Man sieht ja alles was man gekauft hat da Und meine Bibliothek ist sehr sehr lange Und dann hab ich gedacht Was War dann ein Ein sehr tolles Buch Das ich Sehr genossen habe Und das auch gleichzeitig noch so lang genug ist Dass es sich voll lohnt Dass man das hören möchte Und äh Da empfehle ich äh Sternenspiel von Sergej Lukianenko Das ist ein Science Fiction Hörbuch Ähm Hat drei Teile Und ähm Es ist eine sehr sehr Ja Weltraumfliegen Verschiedene Rassen Und so weiter und so fort Ähm Kann man sehr sehr gut hören Auch alle drei Teile kann man sehr gut hören Und ähm Bonus Zuckerl Es wird gesprochen von David Nathan Und Das ist mein absoluter Lieblingssprecher Und Das kann man einfach anhören Und ähm 15 Stunden 43 Ja Wir hören mal kurz rein Nimmst du einen Brief für mich mit? Fragte Elsa Wir sitzen hier bestimmt noch zwei Wochen fest Da macht sich mein Mann sonst Sorgen Ich an seiner Stelle würde diese Beschäftigung auch nach dem Brief fortsetzen Frotzelte ich So Das ist eines von 150.000 Büchern Das ihr haben könnt Ähm Und das funktioniert so Ihr geht auf Audible.de Slash Spitz und so Dort loggt ihr euch einfach mit eurem Amazon Konto ein Dann bekommt ihr für 30 Tage diesen Credit Und könnt den einlösen für ein Buch, was ihr haben möchtet Das bleibt euch auch Das bleibt so in eurem Account drin Das könnt ihr behalten Das könnt ihr Ähm Auch wenn ihr jetzt Bei Frage auf Twitter so Wer Bits und so hört Wer hat da noch Zeit für Hörbücher? Ne Das lässt sich ja auch frei einteilen Ja, ja Und ähm Es muss auch nicht Ähm Sofort in einem Stück diese 15 Stunden weggehört werden Aber ich hab schon ab und zu Auch Obwohl ich eine gut gefüllte Liste hab Äh Das Problem, dass die Podcasts aus sind Ja Und dann kannst du halt noch was anderes Und Was halt dazu kommt Was ich einfach großartig finde Also zum Beispiel Funktioniert ja auch bei Sternenspiel Ich kann mir halt das Äh Das Kindlebook dazu kaufen Und kann halt sagen Ich mach jetzt mal Pause Ich hab das Manchmal möchte man mal nichts auf den Ohren haben Nimm ich mir das Kindlebook Und der macht an der Stelle wo ich Pause mach Mach der mein Kindlebook auf Ich lese jetzt irgendwie 20 Seiten Und mach ich Okay jetzt ist gut Und mein Hörbuch weiß wo ich Wo ich war Und dann whisper synkt er das zurück In mein Audiobuch rein Und das ist ganz großartig Ich mach an der Stelle weiter Ihr könnt es einfach mal kostenlos ausprobieren Für 30 Tage Mit diesem einen Credit Den ihr für dieses Buch Oder ein beliebiges anderes Buch Dort bekommen könnt Äh Einfach auf audible.de Slashpitz und so gehen Dort mit dem Amazon Konto einloggen Und ausprobieren Herzlichen Dank für die Unterstützung Ich lass einfach das Video Mit den Katzenohren weiterlaufen Ja würde ich sagen Und ich tue einfach so Als wäre das das Video von jetzt Ähm Was ich heute eigentlich vorstellen möchte Ist äh Ein weiteres äh Mitglied in meiner Reihe Ähm Gute Gute Duschlautsprecher Ihr erinnert euch ja sicherlich an Ähm Die ewige Duschlautsprecher-Geschichte Und an meinen letzten Squash Boom Bottle Pick Der auch schwimmen kann Und nach wie vor Mein bevorzugter Dusch- und Badewannen-Lautsprecher ist Ähm Ich habe aber einen neuen Lautsprecher Der auch wasserdicht ist Zumindest für eine gewisse Zeit lang Für eine halbe Stunde glaube ich Ähm Der aber deutlich besser klingt Als alle anderen Die ich bisher hatte Und zwar ist es der Logitech UI Boom 2 Der leider 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 absurd teuer ist Der kostet 180 Steine Was wirklich viel ist Für so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher Aber er ist wahnsinnig gut Weil Ich sehe ihn hier so Nebenbei Für 140 rumlaufen Ist immer noch teuer Für einen Lautsprecher Aber äh Kann man machen Und die Seite lädt nicht Aber er heißt Ultimate Ears Und die hattest du eben Auch in dem Video Das ist richtig Das sind meine Die Ultimate Cat Ears Ähm Der UI Boom Hat einen großen Vorteil Anderen Lautsprechern gegenüber Hat nicht oben seinen Seinen Treiber raus Sondern Der macht außenrum Wirklich Sound Also es spielt keine Rolle Wo man davon steht Man kriegt das alles Irgendwie ab Ähm Er hat Was ich noch nicht ganz verstehe Unten eine Stativgewinde drin Ähm Wo auch so eine Haken dran ist Was man sich denn irgendwo hinhängen kann Er hat einen Line-In-Eingang Man kann mehrere Bluetooth-Geräte Gleichzeitig Damit pären Und wer halt Als nächstes Musik abspielt Den kann man hören Er hat ein Mikro drin Ähm Er hat offensichtlich Einen kleinen Trommler drin Wenn man einschaltet Dann trommelt er Wenn man ausschaltet Ist er so schnell Ein- und ausgeschaltet? Ja Cool Ich drück jetzt mal drauf Okay Ausgeschalten Wenn er das erste Mal trommelt Moment Ich mach ihn nochmal an Jetzt ist er an Vorsicht Jetzt ist er gepairt Jetzt hat er sich mit meinem Telefon gepairt Cool Okay Jetzt könnte ich an der Stelle Musik spielen Ähm 100 Punkte für Er sagt nicht Äh Pairing Connected Ganz genau Er zeigt mir auch natürlich In meiner Menüzeile oben an Wie der Akkustatus ist Was sehr sehr hilfreich ist Der Akku hält sehr sehr lang Ähm Ich hab zwei riesige Lautstärketasten Die nicht irgendeine Quatsch-Lautstärke Im Lautsprecher ähm Kontrollieren Sondern die iOS-Lautstärke Cool Was ich persönlich Ja So viel besser finde Als alles andere Weil da sehe ich wirklich tatsächlich Wie laut ist das Ding Und das Ding ist laut Also das Ding ist richtig laut Das kann man sich ins Also wir haben ein Großraumbüro Ähm Das kann man sich auch mal Da auf den Schrank stellen Und das Großraumbüro damit beschallen Ich benutze das Ding Hauptsächlich wenn ich zum Trommelkurs gehe Oder wenn ich draußen ähm Beim Sporttraining bin Also nicht beim Laufen Ist es vielleicht ein bisschen unpraktisch Weil das Ding halt doch sehr sehr schwer ist Aber das Es kann halt schiffen Und was weiß ich was Das ist völlig wurscht Das Ding liegt im Gras Und ähm Wird nass und dreckig Und es funktioniert halt trotzdem weiterhin Die Haptik ist wahnsinnig schön Weil das ist so ein Da ist so ein Stoff So ein Ja Segeltuchstoff Ich weiß es nicht genau Außen drauf Und dann halt so So ganz 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 Massives Gummi Also sehr sehr gut Es sieht hier auf dem Bild so aus Als könntest du mehrere davon Parallel betreiben Aber das ist Genau Das geht Das geht Du kannst sagen Mach mir mal bitte Kippern mir mal bitte Zwei Stück zusammen Und mach mir dein Stereo Paar draus Und das ist Ich hab nur einen Deswegen Das hab ich noch nicht getestet Ich habe einfach nur einen Ähm Habe aber von Von einem Freund von Michael gehört Das funktioniert Und ähm Das ist Das ist wohl erstaunlich Auch mit keinerlei Latenz verbunden Die man ernsthaft Äh bemerken würde Und ähm Das ist schon Sehr beeindruckend Wenn man Wenn man dann jetzt sagt Ich hab mal irgendwie Hundert 280 Euro übrig Für zwei solche Lautsprecher Ähm Du kannst dir einen Stereo Paar Lautsprecher Für mehr Geld kaufen Das ist richtig Haben wir ja letztens Ja das ist Das ist wohl wahr Ähm Bin ich auf jeden Fall sehr begeistert davon Ähm 140 Euro erscheint mir Ein Preis Der realistischer ist Dafür zu bezahlen Also ich hatte Ich hatte das Das große Glück Dass ich ihn nicht bezahlen musste Weil Logitech gesagt hat Möchtest du den mal ausprobieren Und ich gesagt Dann unbedingt Und ähm Ich hoffe dass sie ihn mir nicht wieder wegnehmen Weil sonst muss ich 140 Euro bezahlen Weil ich Ähm Mich sehr an diesen Lautsprecher gewöhnt habe Und die Ähm Die über Die bessere Klangqualität Gegenüber der Boom Bottle Ähm Doch sehr zu schätzen weiß Also die Boom Bottle ist nach wie vor Wie gesagt Benutze ich nach wie vor Zum Beispiel in der Badewanne Weil sie schwimmt Benutze ich nach wie vor in der Dusche Weil ich ihr einfach mehr zutraue Dass sie einfach Unter einem direkten Wasserstrahl Einfach nicht zu Schaden kommen ist Das habe ich mich bei diesem Gerät Bisher noch nicht getraut Obwohl der IP IPX7 glaube ich Ähm Wasserdicht ist Oder IPX67 Ich weiß es nicht mehr genau Ähm Was ja eigentlich auch heißt Du kannst den eine halbe Stunde ins Wasser werfen Und der geht nicht kaputt Ähm Habe ich mich aber bisher noch nicht getraut Es gibt noch so ein paar andere Die habe ich im Laden gesehen Das sind ja so Kissen So Lautsprecherkissen irgendwie Auch so mit einem Textilzeug drauf Äh Sieht zumindest lustig aus Fühlt sich auch lustig an Was das Ding sicherlich anders macht Als der der UI Boom 2 ist Dass der natürlich den Ton In eine Richtung abstrahlt Das heißt Wenn du jetzt irgendwie Mit mehreren Leuten bist Und du bist um dieses Gerät Rum platziert Dann hören natürlich die Auf der Rückseite Von dem Gerät Deutlich weniger Oder du legst ihn halt nach oben Und dann hören halt die Vögel Die drüber fliegen Deutlich mehr Ich habe den im Apple Store Glaub ich gesehen Wollte den ausprobieren Habe dann auf den angeschlossenen iPod Touch geklickt Mach mal Musik Dann kam nichts Sondern am Ende vom Tisch aus Und völlig anderen Lautsprecher Und deswegen weiß ich nicht Wie die Dinger klingen Aber sie sehen Also sie sehen auf jeden Fall Ganz anders aus Als man das halt von so einer Der typischen Boombox erwartet Und ähm Ich finde die Haptik sehr sehr schön Weil es halt mal was anderes ist Als dieses typische Ähm Kennen wir jetzt zum Beispiel Von der Jambox Die ist halt Metall Das fühlt sich auch wertig an Aber es ist halt Eine ganz andere Haptik Als dieses Ding Also dieses Ding Sagt viel mehr Ähm Ich bin super rugged Was das auch immer Auf Deutsch heißt Ähm Und äh Nimm mich mit Schmeiß mich in die Isar Und fisch mich wieder raus Und wenn du Wenn ich dich am Berg Irgendwo den Berg runterkuller Drei Kilometer Ist auch nicht so schlimm Solange du mich wieder findest Also das Das macht die Haptik Also allein schon unten Diese super massive Stativschraube ist Ich mag das gern Gut Aufnahmen in Amazon Music Und ich äh Das ist schon mal Das spricht aus meinem Wir kennen ja Ihr kennt ja meinen Musikgeschmack Spricht das aus meiner Warte nicht für Amazon Music Na gut Oder die sind einfach schon so Äh So abgefeiert Dass die Lizenz dafür herging Wer weiß Möglich Die nicht schon seit 70 Jahren E-Tot Nee Ja komm Nee Nee Ich war doch in diesem In diesem Zwangsweise In diesem Konzert Von der Supercoverband Die sind Erinnern uns Top lebendig Ja ja Okay Äh Ich glaub das Das war's dann für heute Ich hab mir noch Irgendwas eingefallen Das muss ich aber In die Postshow schieben Falls es mir wieder einfällt Ansonsten Dankeschön Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht